Ey! Was ist denn los? Ich sag nur, wir befinden uns in Königs Wusterhausen. Meim Heimatdorf vom Lande. Ich hab Angst vor Jenny. Mann, hören die ganzen Vandalierer. Ey! Ich hau dir vor den Ball! Jenny stinkt mir im Dunkel. Wir hauen jetzt ab. Ey, lass mal, dass sie helfen wird, Jenny stinkt mir. Schmuck aus der Nase. Oh nein, Bleibet Prozek. Ich geh jetzt kacken durch die Nase. Oh nein, wir haben Angst. Oh nein, wir rennen weg. Okay, lass uns jetzt los, ich nehm mich auf. Ey, ey! Ich spring jetzt von der Brücke. Ich spring jetzt von der Brücke. Aaaaaaah! Platsch! Ne, Platsch! Pssch! 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 Oh ja, er hat schon doll. Dann geh doch in die Büsche. Wir warten hier. Nee, denn, denn plätschert das immer so und alle... Na, wir haben aber Angst. Woll mal plätschert? Ey! Lass mal drei Flaschen Wein trinken, dann sind die alle. Ja! Pflaschen Wein trinkt! Vielen Dank.